Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche addiert und subtrahiert. Dazu möchte ich mit einem einfachen Beispiel beginnen. Jan hat von einer Salami Pizza 5 Stück gegessen und von einer Margareta Pizza hat er 2 Stücke gegessen. Die Pizzen wurden in 8 gleich große Teile geteilt. Wie viel hat Jan insgesamt gegessen? Ich habe hier die Pizzastücke, die Jan gegessen hat, einmal grafisch dargestellt. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich 5 Stücke der Salami Pizza und hier 2 Stücke von der Margareta Pizza. Nachdem ja die Frage lautet, wie viel Jan insgesamt gegessen hat, haben wir hier eine Addition. Und die Rechnung dazu lautet, 5 Achtel plus 2 Achtel. Die Achtel kommen von der Aufteilung der Pizza. Nun müssen wir nur die einzelnen Pizzastücke zusammenzählen und schon haben wir 2 Brüche miteinander addiert. Das bedeutet, wir betrachten uns einmal den Zähler. 5 plus 2 Stücke. Es sind insgesamt 7 Stück Pizza. Das bedeutet, in unserem Zähler steht die 7 und in unserem Nenner steht die 8, da wir ja 8 gleich große Aufteilungen bei der Pizza haben. Das bedeutet, unser Ergebnis ist 7 Achtel. Bei der nächsten Addition haben wir 1 Ganzes und 2 Drittel plus 1 Drittel. Ich habe das wieder in Form von Pizzen dargestellt. Hier haben wir eben unsere ganze Pizza und die 2 Drittel und unser 1 Drittel. Bei dieser Rechnung müssen wir nichts anderes machen, als dieses Pizzateil zu den anderen dazu zu zählen. Und als Ergebnis bekommen wir dann eine ganze Pizza und 3 Drittel, beziehungsweise 2 ganze Pizzen. Im nächsten Beispiel haben wir die Rechnung 1 Halb plus 1 Viertel. Das zeige ich euch nun wieder mit der Pizzadarstellung. Diese Rechnung können wir nicht so leicht lösen, da nur Brüche mit gleichem Nenner addiert oder subtrahiert werden können. Deswegen müssen wir nun die beiden Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und das machen wir, indem wir die 1 Halb mit 2 erweitern. Dann haben wir als Rechnung stehen, 2 Viertel plus 1 Viertel. Und unsere Pizza habe ich natürlich jetzt auch anders dargestellt, nämlich in 2 Viertelteile. Nun können wir das 1 Viertel Pizzastück zu den 2 Viertel Pizzastücken dazu zählen. Und das Ergebnis ist 3 Viertel Pizza. Kommen wir nun zur Subtraktion. Ich habe hier das Beispiel 2 Drittel minus 2 Sechstel. In Pizzadarstellung sieht das Ganze einmal so aus. Im Nenner stehen wieder unterschiedliche Zahlen. Das bedeutet, wir müssen die beiden Brüche auf den gemeinsamen Nenner bringen. Ich habe das gemacht, indem ich die 2 Sechstel durch 2 gekürzt habe. Dadurch bekomme ich dann 1 Drittel heraus. Ich habe hier auch die Pizzadarstellung umgeändert. Nun haben wir einen gemeinsamen Nenner und können einfach ein Pizzastück von den 2 abzählen. Und ich bekomme als Ergebnis 1 Drittel heraus. Das bedeutet, 2 Drittel minus 2 Sechstel sind genau 1 Drittel. Beim nächsten Beispiel habe ich 1 Ganzes und 1 Halb minus 1 Ganzes und 1 Viertel Pizzastücke. Wie ihr seht, haben wir wieder unterschiedliche Nenner. Deswegen müssen wir die Brüche wieder auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das habe ich hier gemacht, indem ich die 1 Halb mit 2 erweitere. Und ich komme dadurch auf 1 Ganzes und 2 Viertel. Nun haben wir einen gemeinsamen Nenner und können nun die 1 Ganze und 1 Viertel von dem 1 Ganzen und 2 Viertel abzählen. Und als Ergebnis kommt raus genau 1 Viertel. Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. Ich habe hier 1 Ganzes und 3 Viertel minus 5 Viertel. Ihr denkt euch sicher, cool, wir haben dieselben Nenner. Aber hier haben wir ein Problem. Wir können die 5 Pizzateile nicht so einfach von den 3 abziehen. Doch dafür gibt es einen Trick. Wir nehmen hier unsere ganze Pizza und teilen diese ebenfalls in Viertel auf. Und das sieht dann so aus. Ich habe eben dieses Ganze auch in 4 Teile aufgeteilt. Und damit habe ich hier 7 Viertel. Und nun kann ich ganz einfach die 5 Viertel von den 7 Viertel abziehen und bekomme als Ergebnis 2 Viertel heraus. Und dann kann ich das Kinder rausfragen. Und dann können wir hier